Mein Sport hat mich zu dem gemacht, zu der Person, die ich heute bin. Er hat mir so viel gegeben. Ich habe nicht nur meinen Körper kennengelernt, ich habe auch so viele Leute kennengelernt. Ich hätte meine heutige Verlobte, sonst hätte ich nicht kennengelernt, wenn ich keinen Sport gemacht hätte. Deswegen hat der Sport mir sehr, sehr viel gegeben. Ich war früher in der Schule, ich war immer ein bisschen schüchtern gewesen. Ich glaube, das hat der Sport mir gezeigt, dass man keinen Grund dazu haben muss, schüchtern zu sein. Man kann auch wirklich gerne auch mal stolz darauf sein, auch wenn man etwas geleistet hat. Ich glaube, das ist etwas, was der Sport einem geben kann oder was der Sport einem gibt. Das ist einfach Selbstvertrauen in die eigene Leistung, egal was jetzt im Sport ist oder in anderen beruflichen Tätigkeiten, dass man einfach stolz auf das sein kann, was man macht. Man sollte nicht überheblich sein, das finde ich nicht gut, wenn man überheblich ist, aber man darf wirklich stolz auch darauf sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!